Ah, mischt. Ja, okay, gut, ich weiß nicht, wie das Ding da oben weggeht. Ich hab gedacht, ich weiß es. Na gut. Ähm, dann will ich einfach mal sagen, muss ich mal kurz schauen, ähm, tut, 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 wie wir das machen, ähm, mich braucht man ein paar Zäune. Ah, super. So, 24 ist nicht so viel, ähm, ich muss mal kurz schauen, äh, Wasser, 1, 2, oder machen wir es so, Wasser, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, Wasser, das heißt bis dahin. Ne, machen wir es so, ähm, ne, machen wir es so, ähm, 1, 2, 3, 4, Wasser, 1, 2, 3, 4. Ja, so macht man das. Äh, ne, das lass ich mal auch zu, denn wir können, wir können das, ja, äh, hier. Ich hab immer noch, ich hab immer noch keine, ich hab immer noch keine Pfeile. Boah, nicht explodieren. So. Fackeln hab ich auch nicht, ich hab grad gar nichts, bemerke ich. Fackeln. Gut seid ihr. Ja. So. Na komm. Komm. Äh. Oh, scheiße, ich kann ja keine Häuser bauen, das wisst ihr. Dat ich das nicht kann. Äh. Boah, ich hab einen Pfeil. Krass. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, da zwei frei, da zwei frei. So. Und dann machen wir das hier irgendwie, ach, keine Ahnung. Hab ich eigentlich ne Axt? Ah ja, hab ich. Ähm. Aber ich weiß nicht mehr, was ich reden soll. Ähm. Ähm, ich muss mal ganz kurz schauen. Ähm. Äh. Äh. Ähm, bin ich gleich wieder da. Hier. Ähm, jetzt hab ich einfach mal gegoogelt nach YouTube-Themen. Ich weiß, nicht sehr professionell. Aber, ups, ja. Aber was willst du machen, wenn einem nix einfällt? Deshalb. Aber ich hab jetzt hier, ähm, Themen neben mir. Und. Ich glaub, ich fang einfach oben an. Und wenn die Aufnahme reicht, dann werden wir nachher unten angekommen sein. Schätze ich mal. Oh. Also. Da steht als erstes Thema. Pferdefleisch. Ich glaub, die Themen sind nicht mehr so aktuell. Denn Pferdefleisch, das war ja... Letztes Jahr... Ja, war letztes Jahr. War ja letztes Jahr das ganz große Thema. Wo sind nämlich... Wo sie hier diese, diese... Was weiß ich, Pferde... Partikel... Ne, nicht Partikel, sondern Pferdefleische in der, ähm... Was war denn das? In der Lasagne gefunden haben. Ja, ich glaub, es war die Lasagne. Und, äh... Ich würd sowas nicht essen. Auf keinen Fall. Auch wenn da steht... Auch wenn da steht, ähm... Ohne Pferdefleisch, ich... Hm, ich würd's mir irgendwie nicht trauen. Das zu essen. Ich weiß nicht warum. Aber ein Pferd zu essen... Eher weniger. Also, das... Muss ich echt nicht probiert haben. Weil... Irgendwie... Ich muss sagen, irgendwie ekele ich mich. Jetzt saue irgendwie davor. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber... Wow. Boah, jetzt hat mich die halbe Dings zersprengt. Ah, so ein... Mungo. Zwei grad zum Thema drin. Jetzt kommt noch ein Green Park. Entspreng ich... Äh, ich spreng halt nicht in die Luft. Weil ich's nicht spum mag. Ich bin scheiße. So. Naja, passt. Also... Um damit zurückzukommen, ich würd's nicht essen. Auf keinen Fall. Und... Ich sag mal, wenn's ihr mögt... Äh... Kein Problem, aber... Ehrlich gesagt, ich würd's... Ich würd's echt niemandem empfehlen. Obwohl man... Manche sagen ja auch, also... Die hätten das schon gegessen und die hätten irgendwie... Keinen großen Unterschied... Gemerkt, so. Aber... Das... Das glaub ich irgendwie nicht. Aber... Äh... 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 Das... Was war das? Starpeace. Gut, jetzt haben wir ein Starpeace... Für was der ist... Das... Trailer gemacht. Ja... Hier kommt die Tür hin. So... Meine Standartbeleuchtung. Dann werd ich einfach wahrscheinlich... Ja... Wird ich einfach wahrscheinlich... Ja... Gutes Deutsch... Werd ich glaub einfach unten ein Lager errichten. Also sozusagen im Keller. Äh... Ja... 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 Ich glaub... Keller ist am besten. Machen wir so ein... Oh ja... Dann bauen wir so ein riesen Lager. Denn... Ihr habt ihr gesehen... Man bekommt... Richtig scheiße viel in Hexit. Was ich eigentlich auch nicht gedacht hab. Ich hab gedacht, das wär so... Ja... Das... Hab ich ja glaub schon erzählt. Ich hab ja gedacht, das wär... Ganz normales Minecraft. Aber das ist ja... Eigentlich überhaupt nicht. Also wirklich 0,0. Ach so halt, hier könnten wir... Auch noch ein Fenster einbauen. Ja...